Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Dieses Video heute wird zweiteilig. Den ersten Teil seht ihr jetzt und der nächste Teil kommt nächste Woche, weil es schon ein sehr, sehr langes Video geworden ist. Und zwar habe ich mir mal Zeit genommen, meinen Schminktisch auszusortieren und alles, was da so drum und dran dazugehört. Ja, also es ist quasi ein Video... Helga? Also es ist quasi ein Mix aus meiner Schminksammlung und Make-up Decluttering und ich gucke mir solche Videos auch super gerne an. Heute, ich habe jeden Fall einen Tee. Gebt schon mal ein Like, abonniert meinen Kanal, um den zweiten Teil vom Video nicht zu verpassen. Abonniert das Glöckchen und ja, abonniert mich auch gerne auf Instagram und TikTok und dann würde ich sagen, legen wir los. So, Unordnung des Todes. Ich erhoffe mir durch das heutige Aussortieren, dass ich wieder mehr Motivation zum Schminken habe. Denn das ist gerade nicht gegeben und ich glaube, ihr könnt es auch nachvollziehen. Alles, was ich wegschmeiße, werde ich jetzt einfach mal in diesem Beutel hier. Ich werde auf jeden Fall fast leere Produkte auf jeden Fall noch aufbrauchen, aber ich habe auch ganz viele Produkte hier drin, die schon längst leer sind und die ich mir einfach nachkaufen wollte. Aber ich glaube, es ist eine bessere Idee, einfach das abzufotografieren und mir in Ordnung einzuspeichern, was ich noch nachkaufen möchte, was mir gefallen hat. Ich starte mit meinen Primern. So, da haben wir einmal den Honey Jumi Up Primer. Der ist fast leer, aber den werde ich auch definitiv noch behalten. Angel Whale Primer habe ich erst neu bekommen. Den hierher habe ich mir auch relativ neu gekauft. Den Backup Primer behalte ich auf jeden Fall auch. Backup gibt es ja leider nicht mehr. Ilha Musqua, der war glaube ich mal in der Glossy Box drin. Ja, der ist tatsächlich auch leer. Dann wird er jetzt weggeschmissen. Aber ich habe ja noch einen Jeli Primer. Und zwar den Bare With Me Primer von NYX. Und da müsste, glaube ich, auch noch was drin sein. Ja, so ein bisschen was ist noch drin. Den Pore Fellow Primer, da habe ich auf jeden Fall auch noch was drin. Der bleibt auch mit da. Und den Porefessional, der ist auch neu. Den behalte ich definitiv. Ist zwar nicht sehr viel weniger drin, aber auf jeden Fall sieht es jetzt geordneter aus. Das sind ja nicht wirklich Face Primer, sondern eher einmal Glitter Primer, Pigment Primer und ein Lippen Primer. Und ich glaube, dafür nehme ich dieses Fach jetzt. Also die hier habe ich seit den Face Awards. Das sind so Liquid Booster, Highlighter. Die kann man sich in die Foundation reinmischen. Aber ganz ehrlich, das habe ich nie gemacht. Also vielleicht ein oder zweimal, aber dann war irgendwie das Foundation Ergebnis auch gar nicht so geil. Und die habe ich, wie gesagt, von seit den Face Awards. Also die sind definitiv schon abgelaufen. Ja, zwölf Monate. Wann habe ich bei den Face Awards nicht gemacht? 2019. Das ist jetzt zwei Jahre her. Also definitiv schon abgelaufen. Weg damit. Eigentlich kümmere ich mich jetzt nicht so drum, ob irgendwas von der Zeit her abgelaufen ist. Weil, keine Ahnung, da müsste ich ja jedes Jahr meinen Schminktisch komplett erneuern. Da hätte ich jetzt auch gar keinen Bock drauf. Deswegen, also wenn ich abgelaufene Produkte habe und die sehen aber noch gut aus, finden sich noch gut an, riechen nicht komisch, dann benutze ich die auch noch. Ähm, aber wenn ich sie jetzt halt wirklich gar nicht mehr benutze, dann bringt das jetzt auch nicht wirklich viel. Hier noch zwei Foundation Mixer. Da kann man immer die Foundation heller oder dunkler mixen. Habe ich jetzt bisher noch nicht so oft benutzt, aber ist tatsächlich echt praktisch. Und deswegen werde ich die auf jeden Fall behalten. Und dann werde ich den Glitter Primer, den Pigment Primer und halt auch einfach mal den Lippen Primer, weil da hinten sehe ich den irgendwie nie. Und deswegen benutze ich den auch irgendwie nicht. Aber tatsächlich ist es ein cooles Produkt und würde es gerne mehr benutzen. Und dann sehe ich das hier auf jeden Fall ein bisschen eher. Kommen wir mal zur Foundation. Das ist ein ganz schönes Schmuddelfach da hinten. Oh, hier kommt noch ganz viele Foundation von den Face Awards. Oh krass, die hatte ich ja auch noch. Sie, das habe ich schon total vergessen. Das sind meine ganzen Foundations, die ich hier gerade besitze. Ähm, ja, also dass ich die noch hatte, habe ich komplett vergessen tatsächlich, weil ich die ewig nicht benutze, weil die da einfach immer so drinnen lag. Ähm, ja, das hier habe ich glaube ich sogar schon länger als die Face Awards, also als ich bei den Face Awards war. Deswegen kommt das definitiv weg. Hier müssen wir jetzt mal schauen. Ich habe hier zweimal Vanilla und einmal Soft Beige. Und vom Ton her passen, tun wir eigentlich nur Vanilla. Und ich habe die echt super gerne benutzt. Und ich habe aber auch immer nur Vanilla benutzt. Und das hier glaube ich nur im Sommer. Ähm, aber mittlerweile, das ist ja wirklich Full Coverage. Und mittlerweile benutze ich Full Coverage gar nicht mal so gerne. Äh, sondern eher so Light Coverage. Ähm, und ich glaube bei denen war auch das Problem, dass ich die irgendwann nicht mehr benutzen konnte, weil der Pumper hier einfach kaputt gegangen ist und keine Foundation mehr hochgepumpt hat. Ich habe auch versucht, äh, wie man hier schon sieht, äh, den Plastikdeckel irgendwie abzubekommen, dass ich zumindest so an die Foundation rankomme, aber keine Chance, ob ich hier überhaupt noch was rausbekomme. Ja, nein. Kommt nämlich überhaupt nichts mehr raus. Finde ich echt schade, dass der Pumpding, das Pumpding einfach weg, kaputt geht. Ja, hier kriege ich auch nichts mehr raus. Na dann, weg damit. So, das, oh mein Gott. Ich weiß gar nicht, wie lange ich das schon habe. Das habe ich irgendwann mal, als ich bei Kletterkreisel bei jemandem was gekauft habe, als Geschenk dazubekommen. Aber das ist auch schon Jahre alt und mir außerdem viel zu dunkel. Also, tschüss. Ich glaube, behalten werde ich letzten Endes einmal die Born to Glow Foundation. Meine Zueva Foundation, die ist zwar fast alle, aber ich liebe sie über alles. Ähm, die habe ich erst neu gekauft, da will ich noch ein bisschen mehr ausprobieren. Und, naja, das ist eh meine Standard Foundation zur Zeit, deswegen benutze ich die auf jeden Fall immer, wenn ich Foundation benutze. Und deswegen würde ich sagen, die bleiben auf jeden Fall da. Concealer. Lassen wir hier meine Schwämmchen raus, die habe ich erst frisch gewaschen. Äh, das sieht echt ekelhaft aus. Und das benutze ich auch nie, also weg damit. Das ist mein Color Character, sieht ein bisschen schmuddelig aus, aber den benutze ich nach wie vor, deswegen bleibt er auf jeden Fall da. Oh mein Gott, die Can't Stop Born Stop Concealer. Ich glaube, die wollte ich behalten, damit ich mir die nachkaufe. Weil ich habe die echt geliebt, aber ich glaube, die sind alle und auch echt alt. Dieser Concealer hier von Karp, Karp, Karp? Ja, der war mal in der Klossybox drin, den habe ich auch noch nicht so lange und den benutze ich auch noch sehr gern. Deswegen bleibt der auch mit hier. Das ist mein erster Elf Concealer und das ist, glaube ich, mein zweiter Elf Concealer. Und, oh mein Gott, ich benutze den so oft. Ich glaube, der zweite ist auch schon wieder leer. Der ist definitiv leer, dann wird das wahrscheinlich der alte sein. Hier ist noch ein bisschen was drin. Und den werde ich definitiv auch erstmal noch behalten, weil ich den tagtäglich benutze. Ich liebe diesen Concealer von Elf. Den behalte ich und den werde ich auf jeden Fall nachkaufen, wenn der komplett alle ist, was vermutlich bald der Fall sein wird. Diesen Concealer hier von Catrice, den habe ich erst gekauft. Den benutze ich immer, um meine Augenfrauen nachzuziehen. Und der ist auch spitze. Und das ist tatsächlich ein Lidschattenprimer, beziehungsweise eine Art Concealer. Der ist von Makeup Factory. Und der ist auch schon recht alt. Ne, der fühlt sich gar nicht mehr so gut an. Ich habe den eigentlich gerne benutzt, aber ich benutze ihn mittlerweile fast kaum noch. Ne, ich glaube, den schmeiße ich weg. Ah, ich wollte gerade sagen, dann werde ich meinen Anastasia-Wild-Lidschattenprimer auch irgendwo finden. Ich habe ihn gerade gefunden, er lag direkt vor meiner Nase. Ja, den liebe ich über alles und den tue ich auf jeden Fall auch mit hier rein. So, meine Damen und Herren, Puder. Mein Puder. Ja, also ich kann euch auf jeden Fall schon mal sagen, was ich davon regelmäßig benutze. Das und das, glaube ich, am meisten. Weil das ist einfach schön. Das ist es halt, Laura Mercier ist halt übelst geiles Translucent Puder. Und ja, das benutze ich eigentlich fast täglich. Genauso wie das hier, wenn es mal schnell gehen muss von Essence. Das ist auch echt schön. Das Banana Light Puder benutze ich eher seltener, aber... Benutze ich tatsächlich auch gern. Das hier ist halt SFX Setting Puder. Also wenn ich mal hier mit Latex irgendwas mache, das benutze ich auf jeden Fall auch noch. Das kann definitiv weg. Ich habe das geliebt, glaube ich. Aber ich habe es echt lange nicht mehr benutzt, weil es halt auch einfach zerbrochen ist und ich andere Puder habe. Und deswegen benutze ich das eh nicht mehr, deswegen kommt das jetzt weg. Das hier war, glaube ich, war, glaube ich, in einer Glossy Box-Ul. Und das fand ich, glaube ich, auch ganz gut, deswegen behalte ich das mal noch. Und die beiden habe ich, glaube ich, auch bei den Face Awards bekommen, aber die sind mir halt einfach viel zu dunkel. Und ich benutze auch einfach keine gebackenen Puder. Aber vor allem nicht getönte, weil also den Ton von meiner Haut, den kriege ich ja hindurch Foundation und Concealer. Und da brauche ich halt keine getönten Puder. So, das sieht total cakey aus, finde ich. Und deswegen nehme ich lieber so farblose Puder, lose Puder, translucent Puder. Aber getönte Puder nehme ich nicht. Das ist halt auch einfach viel zu dunkel für mich. Und ich glaube, ich habe die in den ganzen zwei Jahren, die ich die habe, vielleicht einmal benutzt, wenn es hochkommt. Vielleicht will die irgendjemand von meinen Kollegen noch haben. Weil die habe ich echt fast gar nicht benutzt. Ich glaube, ich hebe die mal auf und gebe die meinen Kolleginnen. Augenbrauen. Ja, da ist einiges dabei. Augenbrauen habe ich recht viele Produkte. Den Tudelbrow hier von Maybelline habe ich schon ewig. Aber den Moodblum benutze ich tatsächlich auch, wenn ich über Nacht irgendwo bin oder bei einem Festival oder so. Also, weil, ja, also damit kann man halt gut Augenbrauen machen, die schon so ein paar Tage lang halten. Deswegen benutze ich das weiterhin. Das, oh Gott, was ist das denn? Art Deco Brow Tip Leiner. Ja, der ist auch ganz gut. Den behalte ich auch mal noch. Der hier von NYX, den habe ich mir erst gekauft. Und der ist tatsächlich auch echt cool. Deswegen behalte ich den hier auch noch. Der hat auch so eine schöne, dünne Filzspitze, mit der man sich schöne Härchen zeichnen kann. Make-up Factory. Äh, oh nein. Das ist so ein dicker Triangle. Oh, nein, nein. Damit komme ich überhaupt nicht klar. Ich hasse es. Mislin Brow Chicka Wow Wow in Ebony und Brownie, glaube ich. Die sind eigentlich richtig gut gewesen. Aber die habe ich halt auch schon ewig. Ich probiere mir kurz aus, ob die noch gehen. Die funktionieren tatsächlich beide noch recht gut. Ja, die behalte ich auch mal noch, weil die habe ich immer sehr gerne gemocht. Und wenn ich für irgendeinen Make-up-Look dunklere Augenbrauen brauche, dann nehme ich natürlich auch immer Ebony und das funktioniert richtig gut. Mein geliebter Micro Pro Pencil von NYX. Wäschte. Ich liebe ihn über alles. Mein transparentes Augenbrauen-Gel von Kryolan war gerade erst in der Glossy-Box drin. Behalte ich auf jeden Fall. Mein dunkles Augenbrauen-Gel von Florence bei Milz auf jeden Fall auch. Und dieses transparente Augenbrauen-Gel von Luna bei Luna war auch echt toll, aber es ist leer, deswegen ciao. Und das ist ja wieder sowas von Art Deko. So ein fetter Augenbrauen-Stift zum Ausfüllen, aber halt mir viel zu hell. Und halt es ist auch total ein fetter Stift. Also das benutze ich halt nicht. Das brauche ich nicht. Jetzt haben wir hier noch eine Bromade von Make-up Factory. Und die geht auch noch, klar. Die benutze ich sehr gerne und deswegen behalte ich die auf jeden Fall. Jetzt habe ich hier ein paar Augenbrauen-Puder. Das ist Soft Granite von Make-up Factory. Das ist tatsächlich ganz nice. Das behalte ich. Und das ist Ash Brown. Das muss ich mal schauen. Ja, das ist mir eigentlich ein bisschen zu hell. Aber es ist eigentlich schon ganz cool, deswegen behalte ich es auch mal noch. Mislin Chocolate Brown Duo. Ja, das mochte ich irgendwie auch ganz gerne, behalte ich auch mal noch. Genau, dieses Augenbrauen-Puder von Art Deko behalte ich auch noch. Genau, so hat man auf jeden Fall schon einen besseren Überblick. Bronzer und Kontur. Oh mein Gott, ich habe ja noch eine Konturpalette, sehe ich gerade. Ach du Scheiße. Alles zum Konturieren und Bronzen. Genau. Ich würde sagen, den Hoola Light Bronzer, das ist eigentlich logisch, dass ich den behalte. Den Maybelline City Bronzer, den finde ich auch ganz gut. Den benutze ich fast täglich gerade. Das, diesen Bronzer von Make-up Factory, der ist eigentlich auch echt schön. Aber ich weiß gar nicht, ob der noch Farbe abgibt, der ist tatsächlich echt runtergewirtschaftet. Ja, also den habe ich auch schon ewig. Ich glaube, den schmeiße ich weg. Das ist eigentlich ein Puder von Mislin. Und das ist mir eigentlich als Puder zu dunkel, aber als Contouring-Kid ist eigentlich voll klar. Und das ist halt eigentlich viel zu dunkel. Und das habe ich immer ganz gerne benutzt. Ich glaube, das sieht man. Ich glaube, das behalte ich noch so als leichte Kontur. Das habe ich zwar geliebt, aber schmeiße ich, glaube ich, weg. Weil, also, wenn ich da jetzt mit meinem Contouring-Pindel reingehe, dann treffe ich da nur noch die Mitte. Und der Rest hier, der kommt irgendwie gar nicht mit. Deswegen, glaube ich, schmeiße ich das weg. Und das behalte ich mal noch so als dunkles Contouring-Puder. Weil sonst habe ich nämlich nicht wirklich was Dunkles. Also, ich habe schon noch was Dunkles. Und zwar das hier. Das ist auch wieder dieses gebackene Puder, was ich halt nie nehme. Ich habe es einmal benutzt, glaube ich. Aber es ist halt viel zu dunkel für mich. Und es ist halt auch so rötlich. Also, die Farbe heißt sogar Mahagoni, glaube ich. Oder Mahogaini. Aber es ist halt viel zu rot und viel zu dunkel für mich. Deswegen, also, ich kenne auch niemanden, der sowas benutzen würde. Deswegen schmeiße ich das jetzt weg. Dann frage ich mich nur noch, was mache ich hier mit meiner Contouring-Palette von NYX. Und, ja, alle relevanten Farben sind halt leer, ne? Weil die hier sind mir halt persönlich alle zu dunkel. Und meine Chefin hat die Palette halt auch. Nur in frisch. Und wenn ich jetzt auf Arbeit irgendeine Schminke oder eine Braut habe oder, keine Ahnung, für irgendwelche Videodrehs als Make-up-Artist tätig bin, dann nehme ich halt öfter mal so Make-up-Sachen von meiner Chefin mit, weil sie halt auch eine größere Auswahl hat, weil sie halt drauf ausgelegt ist, verschiedene Leute damit zu schminken. Und ich hier halt nur mein Zeug für mich selbst habe. Und, also, ganz ehrlich, die Palette kann ich hier sowieso nicht mehr mitnehmen bei irgendeinem Make-up-Job. Das sieht total unprofessionell aus. Ähm, genau. Und dann nehme ich halt immer ihre mit. Und, ja. Also, wenn... Die ist sowieso total alt schon. Deswegen werde ich die jetzt auch wegschmeißen. So, und dann habe ich hier noch ganze vier Contouring- und Bronzer-Produkte. Wahnsinn. Süß. Genau. Mein Blush. Also, was ich auf jeden Fall behalten werde, sind die beiden hier von Colourpop. Ich liebe die über alles. Die sind richtig nice. Vor allem Flower Tender. Liebe ich. Ähm, das sollte, denke ich, klar sein. Anastasia Beverly Hills. I love it. Das hier behalte ich auch mal noch. Das sind zwar nicht nur Blush. Aber das ist hier so eine Reißer-Palette. Also, da kann man Augenbrauen mitmachen. Lidschatten hat mal ein bisschen drin. Highlighter und Blush. Und das könnte man auch zum Konturieren benutzen, wenn es denn drauf ankommt. Von daher benutze ich das auf jeden Fall mal noch. Das war in meiner Glossybox drin. Das habe ich zwar geliebt, aber es ist halt fast leer und eh zerbrochen. Deswegen benutze ich es sowieso nicht mehr. Und das hier war auch so ein wunderschöner Rosenholzton. Hm. Ne, da ist eigentlich noch genug drin. Und ich habe sonst keinen Rosenholzton mehr, weil das andere war, dass es von nix was zerbrochen ist. Und deswegen wollte ich das, glaube ich, mal noch behalten. Das ist von Makeup Factory. Das ist auch so ein richtig schöner, zarter Ton. Den benutze ich ganz, ganz oft bei Kunden. Deswegen behalte ich den auch auf jeden Fall. Das ist mein einziges Creme Plush. Und deswegen behalte ich das auf jeden Fall. Das ist auch echt neu. Das von Nars. Super Orgasm. Wundervoll. Behalte ich auf jeden Fall. Und das war mal in der Glossybox drin. Das ist eigentlich auch ganz sweet. Ich glaube, bei Lip Liner werde ich... Also da werde ich wahrscheinlich alle behalten. Aber ich glaube, ich werde die jetzt mal nach Farben sortieren. Das wäre ganz cool. Das sind alle meine Lip Liner, die ich habe. Also hier liegen bestimmt noch irgendwo mehr rum. Genau. Aber die werde ich jetzt, glaube ich, erstmal sortieren. Dann haben wir hier einmal die Fraktion Rot und Korallisch. Bunt, Grau und so weiter und so fort. Dann haben wir hier Nudical Lip Liner. Und hier Pink und Lila. Genau. Und die werde ich jetzt getrennt einfach mal mit einem Gummi umwickeln, dass ich die so als Bundle habe. Und dann kann ich die da wieder reintun. Aber aussortieren werde ich davon, denke ich, nichts. Schön, da ich die jetzt nach Farbrichtung sortiert habe, habe ich da auf jeden Fall auch einen größeren, besseren Überblick. So, machen wir mal in der Kategorie Sprays weiter. Setting Sprays und so weiter und so fort. Da ist einiges leer, was ich nachkaufen wollte. Oh, hier haben wir einmal noch Frack. Das tue ich mit hier hin, weil das ist so eine besondere Sache. So, das sind meine ganzen Face Sprays. Das hier ist erst neu. Äh, ja. Also das war jetzt einfach nur so ein Rosenspray. Ich weiß nicht genau, was das bringen soll. Aber, naja, ich habe es benutzt. Also fast leer. Egal, weg damit. Oh, das habe ich geliebt. Aber das ist schon so lange alle. Aber das mache ich mir auf jeden Fall ein Foto, dass ich es nicht vergesse. Ein mattes Fixing Spray. Ist auch noch was drin. Der Sprühkopf gefällt mir nicht so, aber ich benutze es auch noch. Also kommt das mit hier rein. Mein Elf Setting Spray. Ich liebe es. Und da ist auch noch was drin. Deswegen bleibt es auch hier. Und ja, das Bermi Up. Also, ja. Mein Gott. War ganz nett. Mal schauen, vielleicht kaufe ich es irgendwann nach. Muss jetzt nicht unbedingt. Aber es ist schon ewig leer. Warum habe ich das aufgehoben? Ich weiß es nicht. So, das war jetzt auch ganz schön viel weniger. So, ich würde sagen, bevor ich hier zu den kleinen Lidschattenpoiletten gehe, mache ich erstmal die Highlighter. Weil das ist auch nochmal ganz schön was krasses. So, wo soll ich anfangen? Die beiden behalte ich auf jeden Fall. Die von Mistin. Ich liebe sie. Laura Mercier, logisch. Den behalte ich auf jeden Fall. Der Catrice Highlighter ist relativ neu. Den behalte ich auch auf jeden Fall. Den mag ich sehr gern. Bella Pierre Ultra Glow. Ja, ich mag halt keine Paletten, wo da so viel drin sind. Deswegen mag ich eigentlich die von Dusche auch nicht so gerne. Weil ich mag halt lieber so einzelne Produkte. Und ja, also wenn die Highlighter hier krass wären, dann wäre das was anderes. Aber irgendwie finde ich die jetzt nicht so geil. Ich habe auch bessere. Und ja, zum Konturieren. Mein Gott. Ich glaube, den schenke ich auch meiner Kollegin. So, der Born to Glow Highlighter von NYX. Der ist halt kaputt, ne? Aber eine schöne Farbe auf jeden Fall. Und ich glaube, ich kann mir vorstellen, den auch nochmal zu benutzen. Deswegen bleibt der mal da. A Bit Jelly Highlighter. Ich habe sie so geliebt. Ich habe sie so geliebt. Und vor allem die beiden Farben. Aber, also die habe ich auch schon seit den Face Awards. Und die haben schon vor einem Jahr, glaube ich, komisch gerochen. Oh, ja. Ich muss sie wegschmeißen. Aber ich liebe sie so sehr. Das bricht mir jetzt gerade das Herz. Dann muss ich mir, wenn es die noch gibt, muss ich mir die nachkaufen. So, mein Jeffree Star Highlighter. Der bleibt auf jeden Fall auch. Der ist zu special, als dass ich den wegschmeißen könnte. Oh mein Gott. Das war so das erste krasse Make-Up-Produkt, was ich mir selbst gekauft habe. Und ich habe es auch geliebt. Aber ich weiß nicht, wie viele Jahrzehnte ich das hier schon habe. Und ich benutze es tatsächlich auch gar nicht mehr. Deswegen, also es ist definitiv schon längst über dem Verfallsdatum. Born to Glow, Liquid Illuminator. Da weiß ich jetzt gar nicht. Ich habe es, glaube ich, gar nicht so oft benutzt. Der ist definitiv auch schon abgelaufen. Nach dem Mary Illuminizer. Ein Klassiker. Aber, also ich glaube, das ist ein dreifacher Hit-the-Pen-Moment. Ja, also, wenn es so leer ist, benutze ich den tatsächlich auch fast gar nicht mehr. Aber ich will ihn mir bestimmt nachkaufen. Und wieder mal was Gebackenes. I love it nicht. Aber das ist tatsächlich, wenn man so einen bronzigeren Look möchte, ist das ein echt schöner Highlighter. So bronzig halt. Deswegen werde ich die noch behalten. So, und ganz viele flüssige Highlighter von NYX. A Way We Glow Highlighter. Und die sind definitiv auch schon viel zu alt. Die sind ja echt geil gewesen, ne? Aber, also ich habe ja davon so viele geschickt bekommen. Und so die meisten Make-Up-Produkte sind ja so 12, 24 Monate haltbar. Aber das drei Monate. Was zum Teufel. Das ist ja fast nichts. Wer kriegt denn schon einen so einen Highlighter in drei Monaten leer? Und ich habe so viele davon bekommen. Nee, ganz ehrlich, das... Theoretisch dürfte ich nur den goldenen hier behalten, weil der noch nicht mal geöffnet ist. Aber ich behalte die alle. Nö, ich behalte die alle. Ich will ja nochmal krassere Make-Up-Looks schminken. Und da kann ich die vielleicht nochmal gut verwenden. So, und jetzt kommen wir hier noch zu der Ecke mit den kleinen Lidschattenpaletten. So, die habe ich ja erst ganz neu bekommen. Und die sind eigentlich alle echt cool. Und ich kann die auch immer alle ganz gut benutzen. Also, die Grüntöne hier finde ich eigentlich echt schön. Deswegen behalte ich das auch. Aber, also, ich habe ewig viele Paletten mit Lila. Und da hole ich mir nicht so eine kleine raus, wenn ich ein Lila-Augen-Make-Up machen möchte. Weil ich benutze tatsächlich lieber größere Lidschattenpaletten, weil ich auch lieber ein Augen-Make-Up nur mit einer Palette schminke und nicht mit verschiedenen. Weil meistens harmonieren die Farben dann nicht so gut, wenn man verschiedene Paletten nimmt. Und mit dieser kleinen Palette, hier könnte ich halt immer den, also wahrscheinlich schon drei verschiedene Looks, aber die würden halt alle relativ gleich aussehen. Deswegen, ja, gebe ich die, glaube ich, weg. Vielleicht mag die eine Kollegin haben. Hier sind so ein paar, ich habe davon auch noch eine große Kletterpalette, aber da sind die Töne direkt jetzt, glaube ich, nicht drin. Deswegen werde ich die auch behalten. So, die Foil-Play-Paletten. Das sind eigentlich so Schimmertöne. Und die kann man auch immer mal ganz gut gebrauchen. Deswegen behalte ich das mal noch. So, die Ultimate Edit Paletten behalte ich auch definitiv alle, weil da sind coole Farben drin und damit kann man richtig gut arbeiten. Der hier war auch recht cool. Den habe ich zwar auch selten benutzt, aber den behalte ich mal noch. Und genau, von denen hier werde ich, glaube ich, nur den hier behalten, weil das so ein Super-Shock-Shadow von Colourpop ist und den liebe ich. Außerdem ist es von Animal Crossing noch die Kollaboration. Und deswegen werde ich den auf jeden Fall behalten. Und die von Make-A-Factory, die sind zwar schön, aber ich benutze solche einzelnen Lidschatten einfach nicht. Ich meine, die Töne, die habe ich auch in Lidschattenpaletten, die ich eher benutze. Deswegen werde ich die auch verschenken. So, und da haben wir hier auf jeden Fall schon mal schön geordnet und aussortiert. Und jetzt geht es definitiv hier oben weiter. Weil da gibt es auch noch genug zu tun. Hier haben wir ein Pinsel-Set. Das hat mir tatsächlich meine Kollegin geschenkt, weil sie das noch nie benutzt hat. Zu neuen Pinseln kann ich ja nicht nein sagen, ne? Und ich würde sagen, die räume ich jetzt einfach mal bei mir in die Pinsel ein. Wo mache ich denn weiter? Ich würde sagen, ich mache mit meinen Lidschattenpaletten weiter, weil wir sind in diesem Rollcontainer drin. Und ich habe mir nämlich ein Lidschattenregal gebaut. Also wir hatten so ein Regal, das war mal bei uns im Salon das Farbregal. Und da habe ich mir solche Raumschubladentrenner, habe ich mir da dran gebastelt. Und will da meine Lidschattenpaletten einordnen, weil, also ihr habt es gesehen, ich kriege meine Schublade überhaupt nicht mehr zu. Genau deswegen werde ich die jetzt da mal einordnen. Da habe ich nämlich Platz für andere Sachen. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 3, 4, 4 Lidschattenpaletten. Ja, das geht eigentlich noch, oder? Ich glaube aber tatsächlich, dass ich da gar nicht so viele aussortieren werde. Ähm, ja, weil das meistens schon echt geile sind. So, die erste, die wir hier haben, ist die Prison Palette von Anastasia Beverly Hills. Die behalte ich auf jeden Fall. Die Nude Palette, Nude Nude Palette von Huda Beauty. Die behalte ich auch auf jeden Fall. Die liebe ich. BH Cosmetics habe ich relativ neu. Und, ähm, ja, die werde ich definitiv auch behalten. Next Glitter Palette behalte ich auch auf jeden Fall. Die Aha Honey Palette von Colourpop. Ähm, hier schreibt mein Name. Die kennt ihr ja bereits. Das Vierer Pack von den Colourpop Paletten mit Anime Crossing behalte ich auch auf jeden Fall. Und die Blue Moon Palette von Colourpop. Die Off-Cropic Palette von NYX behalte ich auch, weil die habe ich schon oft gebraucht. Und die andere behalte ich natürlich auch. So, hier die Digital Future Palette von BH Cosmetics. Die ist auch richtig nice. Revolution. Die habe ich neu von meiner Kollegin bekommen. Die hat die auch noch nie angerührt, deswegen behalte ich die auf jeden Fall. Diese blaue Palette von Revolution. Die ist auch richtig nice. Die habe ich auch von meiner Kollegin bekommen. Die Marvy Corn Palette von BH Cosmetics. Ja, die habe ich, glaube ich, ein Jahr lang benutze oder so, aber jetzt nicht mehr. Und ich glaube, die ist halt auch schon so alt und die benutze ich nie wieder. Die kommt weg. Meine Desert Dust Palette. Die erste Palette, die ich von Huda Beauty habe. Die behalte ich definitiv. Meine Niki Tutorials und Beauty Bay Palette. Die ist so nice. Die behalte ich auch definitiv. Beauty Glazed Color Fusion. Das ist halt eine bunte Palette. Auch relativ neu. Meine Kollegin hat die mir auch geschenkt und noch nie angerührt. Deswegen werde ich die hier von NYX, glaube ich, wegschmeißen oder verschenken oder so. Die war zwar auch immer echt geil, aber hier sind halt mehr bunte Töne drin und die ist auch irgendwie, glaube ich, nicht so gut pigmentiert. Also die war schon gut, aber da ich jetzt die habe, brauche ich halt die nicht mehr deswegen. Die war mal in der Glossy Box drin. Die ist eigentlich echt schön. Die hat so neutrale Töne. Die behalte ich auf jeden Fall. Die ist von Morphe und Jaclyn Hill. Die ist auch echt schön. Die behalte ich auch. Meine Louvina Palette von Anastasia. Die behalte ich auch hundertprozentig. Und natürlich die 1991 Palette von Liger Marie. Und die behalte ich auf jeden Fall auch, weil die ist super nice. Das wird definitiv alles umfallen, wenn ich das wirklich so drin lasse. Deswegen werde ich das jetzt erstmal noch so ein bisschen zusammen machen. Gut. So, da ist auf jeden Fall noch eine ganze Menge Platz für wesentlich mehr Lidschattenpaletten. Und ja, ich denke, das kann man erst nur so lassen. So, das war es mit dem ersten Teil meiner Schminksammlung und meines Aussortierprozesses. Wenn euch der erste Teil schon mal gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben, kommentiert. Ob irgendwas dabei war, was ihr vielleicht auch habt. Oder gerne mal ausprobieren würdet. Um den zweiten Teil des Videos nicht zu verpassen, auf jeden Fall abonnieren, Glöckchen aktivieren. Folgt mir auf Instagram und TikTok und dann sehen wir uns nächste Woche beim zweiten Teil. Bye! 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 Bye!